Hallo Kai. Einen wunderschönen guten Morgen, Sabine. Was haben wir denn hier? Geflügel und Gemüse, zeitgemäß natürlich und mit einem hohen Fleischanteil. Natürlich sind auch Innereien mit dabei, wie bei allen Lottis Häppchen. Das ist auch richtig so. Wir brauchen ja auch Vitamin E zum Beispiel und Vitamin A als hohen Anteil. Das bekommst du halt nur über die Leber und solche Innereien. Besonderheit ist, wir haben hier ein schönes Gemüsecocktail noch mit drin in dieser vollwertigen Nahrung und ist auch sehr schön für hypoallergene Hunde geeignet, weil hier keine Gemüsesorten drin sind, die irgendwas auslösen könnten. Geflügelt ist bei den meisten Hunden ja sowieso hochverdaulich, ist ein leichtverdauliches Eiweiß, ein gutverdauliches Fett und gerade bei sensiblen Hunden oder sensiblen Fellnasen kann man das wunderbar einsetzen als Vollnahrung. Super, dankeschön. Sehr gerne. Untertitelung des ZDF, 2020